Hallo ihr Jäger, Simon hier vom YouTube-Kanal TheBadBeard. Capcom hat neue Infos zum Monster Hunter Rise rausgehauen. Es wird eine neue Demo geben, es gibt neue Informationen zum Gameplay und einen tiefen Einblick in den Randale-Modus, ein neues Feature, über das bisher noch nicht so viel gesprochen wurde. Außerdem wurden ein paar Fan-Favoriten-Monster angekündigt, bleibt also dran. Ich werde das alles jetzt für euch zusammenfassen. Und los geht's! Die zwei neuen Monster, die angekündigt wurden, sind Nargakuga und Cenoga. Cenoga ist eins meiner persönlichen Lieblingsmonster. Eigentlich beide zählen zu meinen Lieblingsmonstern. Damit haben wir ein enormes Roster in Monster Hunter Rise. An alten Favoriten, an einigen, auch zum Beispiel Anjanath, die aus World mit rüberkommen. Denn Monster Hunter Rise baut ja so ein bisschen auf World auf, was vielleicht immer noch nicht so viele genau wissen, wie sehr das der Fall ist, wie sehr das eine Entwicklung ist. Dazu habe ich aber auch schon ein Video gemacht, das ich euch jetzt mal hier und am Ende des Videos verlinkt habe. Da sind also Informationen auch nochmal drin. Cenoga ist auch eins der Lieblingsmonster von Ichinose. Der hat damals am Design von Cenoga gearbeitet. Das liegt ihm also ziemlich nahe, das Monster. Und es ist halt der Vorzeigekerl für die Insektengleve. Denn die Jäger haben ja die Technik für die Insektengleve in der Story sich vom Cenoga abgeguckt. Der hat ja auch solche Insekten in seinem Panzer, um die Elektrizität zu erzeugen. Und beide, sowohl Nagakuga als auch Cenoga, sind einfach auch unglaublich coole Monster mit einer supercoolen Rüstung. Deswegen bin ich sehr froh, dass die beide es jetzt auch in das Spiel geschafft haben. Man sieht auch, wie der Jäger einen Cenoga reitet. Und da kann ich persönlich kaum drauf warten, das selber auszuprobieren. Des Weiteren wurde ein bisschen mehr Gameplay gezeigt, ein bisschen mehr zu den verschiedenen Gebieten. Bevor wir dazu kommen, eine wichtige Information. Es wird eine zweite Demo zu Monster Hunter Rise geben. Und zwar am Freitag, den 12.03. bzw. am 11.03. um 0 Uhr, also wirklich zur Geisterstunde, geht die Demo live auf der Nintendo Switch. Das ist im Endeffekt die Demo, die es schon mal gab, plus eine neue Quest, in der man Magna Malo das Flaggschiff-Monster stellen kann. Und das wird sicherlich eine ziemliche Herausforderung werden. Die Flaggschiff-Monster in den Demos sind meistens ganz schöne Brocken. Also wenn ihr euch der Herausforderung stellen wollt, wisst ihr Bescheid, am Freitag, den 12.03. Dann gibt es das Ganze natürlich auch bei mir auf twitch.tv slash thebadbeard. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal ein bisschen mitjagen. Als nächstes gab es sehr viele Trailer, die gehen wir jetzt nach und nach durch. Als erstes ein Trailer, der so ein bisschen einen Eindruck vom Gameplay-Loop gibt. Das ist der typische Monster-Hunter-Loop. Ihr geht auf eine Quest, ihr erlegt ein Monster und ihr werdet ein besserer Jäger durch eure Erfahrungen und durch die verschiedenen Monster-Ausrüstungsteile, die ihr euch bauen könnt. Hier wird nochmal Kamura Village gezeigt, also das neue Dorf. Über viele Gameplay-Details habe ich, wie gesagt, auch in diesem anderen Video, was ich euch schon verlinkt habe, gesprochen. Also will ich jetzt hier nicht zu viel davon wiederholen. Aber man sieht zum Beispiel die neue Kantine, bei der es viel deutlicher und einfacher ist zu erkennen, was für Buffs man denn bekommen kann. Diesmal gibt es solche Spieße, die man mit verschiedenen Sachen bestücken kann, die euch dann unterschiedliche Buffs geben. Das sieht ein bisschen aus wie so Yakitori. Yakitori, das ist so ein Hühnchenspieß in Japan, auf jeden Fall wieder sehr charmant. Dazu sieht man eben auch das Quest-Interface, was einen schon stark an Monster Hunter World erinnert. Diesmal wird es auch wieder Singleplayer-Dorf-Quests geben und Multiplayer-Quests, die ihr mit euren Freunden zusammenspielen könnt, sodass ihr nicht warten müsst, bis derjenige die Singleplayer-Cutscene gesehen hat und so weiter wie in Monster Hunter World. Also ich persönlich finde, das ist eine gute Änderung. Man sieht auch zum ersten Mal so einen richtigen Eindruck vom Schmied, wie das Ganze aufgebaut ist. Und es ist auch an Monster Hunter World angelehnt. Aber diesmal wird man Dekorationen craften können. Ja, nicht mehr der RNG-Grind. Natürlich nur für die Materialien, aber es wird deutlich einfacher sein, die Dekorationen zu bekommen, die man möchte. Was ich auch sehr gut finde. Der RNG, also der Zufallsaspekt, wird dann wahrscheinlich bei den Talismanen reinkommen, die euch auch nochmal zusätzliche Punkte auf die Skills geben. Über sowas habe ich ja in Monster Hunter World schon mal geredet. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wovon ich rede, ist das gar nicht so wichtig. Das werdet ihr dann sicherlich auch nochmal in Videos von mir zu Monster Hunter Rise erklärt bekommen. Aber, was ihr euch behalten müsst, ist, es ist ein bisschen zugänglicher gehalten, ein bisschen einfacher gemacht, zu bekommen, was man will, zu sehen, was man überhaupt bekommen kann, in welche Richtung man die Waffen entwickeln kann. Und das ist auch eine gute Änderung. Ein neues System ist auch, dass man für ein komplettes Set von einem bestimmten Monster, es gibt Jäger, die nicht diese Mix-Sets machen, die einem verschiedene Skills geben, was ich persönlich so ein bisschen für das Endgame von Monster Hunter halte. Aber wenn man jetzt gerne einfach von einem Monster das Set anziehen möchte, dann bekommt man tatsächlich noch weitere Buffs auf Ausdauer oder verschiedene Skills, was auch eine sehr coole Änderung ist. Es gibt einem einfach nochmal zusätzliche Optionen, mit diesem Set-Boni zu arbeiten. Natürlich könnt ihr dann wahrscheinlich auch wieder geschichtete Rüstung, Layer-Armor machen, die euch einfach aussehen lässt, wie ihr möchtet und könnt unten drunter euer Set mixen. Also auch hier einige Optionen. Als nächstes haben wir einen ausgedehnten Gameplay-Trailer mit einem der neuen Monster, Gos Harang. Der sieht aus wie so ein japanischer Oni, also so ein japanischer Dämon und hat solche Eisklingen, die er sich an den Händen mit seinem Frostatem wachsen lassen kann. Die kann er auch auf euch werfen. Man sieht also ein bisschen sein Moveset. Man sieht ein bisschen, wie die Jäger mit den ganzen neuen Mobilitätsoptionen gegen ihn vorgehen. Und auch eine Stelle, die ich ganz cool finde, wo der Jäger ein paar von diesen Tieren, die man auf der Map finden kann, die man benutzen kann. Und dann, nochmal, das habe ich ja schon in einem anderen Video erwähnt, mit denen kann man verschiedene Buffs kriegen. Man kann den Monstern Fallen stellen. Man kann eben weitere Optionen in der Jagd freischalten. Man sieht jetzt hier, wie er ein Tier einsetzt, was ihm einen Buff gibt, der das Monster aggro ziehen lässt. Also wie in World of Warcraft oder so. Das heißt, das Monster wird aggressiv und folgt ihm auch über die Map. Das heißt, er kann irgendwo in die Jagdgründe gehen und das Monster hinter sich herziehen. Das nutzt der Jäger in dem Fall jetzt aus, um es in ein Areal zu ziehen, wo auch ein anderes Monster ist. Der Lagombi, der Schneehase, eines meiner Lieblingsmonster. Und dann knockt der Jäger den Lagombi aus, fesselt ihn mit den Seilkäfern und benutzt ihn, um gegen das andere Monster zu kämpfen. Eigentlich eine ziemlich coole Sequenz und zeigt so ein bisschen, was alles Neues möglich ist in Monster Hunter Rise. Als nächstes bekommen wir einen tieferen Einblick in den Randale-Modus mit endlich ein bisschen Gameplay dazu. Wir haben hier die Aufgabe, Kamura zu verteidigen. Die Randale ist ein Großangriff von Monstern und das Ganze wird in Wellen stattfinden. Ihr habt da bis zu 4 oder 5 Monster gleichzeitig, konnte man sehen, die euch attackieren. Und ihr habt, bevor das Ganze losgeht, ein bisschen Zeit, euch vorzubereiten. Das hat also leichte Tower-Defense-Elemente. Ihr könnt dann Befestigungen aufbauen und Fallen stellen. Habt also ein bisschen so Input, wie das Ganze verteidigt wird. Manche Sachen sind so typische Belagerungsmaschinen, die ihr selber bedienen könnt, aber auch Sachen, die automatisch funktionieren. Und während diesem Randale-Modus habt ihr auch verschiedene Aufgaben, gewisse Sachen zu erledigen. Also so kleine Subquests, die man dann machen kann, während die Monster da anstürmen. Die Monster haben auch verschiedene Klassifizierungen. Es gibt Monster, die direkt auf das Tor lospreschen, hier mit so einem blauen Symbol. Die sollte man also priorisieren. Dann gibt es noch Major Threads, also große Monster, große Versionen, quasi wie solche Goldkronen-Varianten. Also riesige Monster eines bestimmten Typs, die ihr dann aufhalten müsst. Und es gibt auch noch das Boss-Monster, das sogenannte Apex-Monster, das ihr dann final aufhalten müsst. Während der Quest gibt es aber auch einen Anreiz dafür, nicht nur diese Belagerungsmaschinen zu benutzen, sondern sich auch selbst ins Getümmel zu stürzen. Ihr bekommt dann einen Buff oder eine Verstärkung eures Angriffs und dann ist quasi der Zeitpunkt, wo ihr da ins Getümmel stürzt. Außerdem können euch während dieser Quest auch Dorfbewohner helfen. Man hat ja in vorherigen Trailern bereits gesehen, dass man sich mit denen jetzt auch mehr unterhalten kann, dass da also vielleicht ein bisschen mehr Story im Dorf ist und vielleicht, wenn man sich mit denen anfreundet oder so oder Quest reinmacht, können die einem dann während dieser Quest helfen. Kann man auch alleine spielen, kann man aber auch mit vielen verschiedenen Spielern spielen. Genau wie im normalen Jagdmodus wird die Schwierigkeit dann an die Anzahl der Mitspieler angepasst. Ich glaube, das wird ein Modus, wo die Leute erstmal mit warm werden müssen, aber prinzipiell könnte das tatsächlich sehr interessant sein, da es hier nochmal eine ganz andere Dynamik gibt. Diese Vorbereitungszeiten und so weiter, die verschiedenen Monster-Klassifizierungen, das klingt schon so, als ob das echt spannend sein könnte und abwechslungsreich sein könnte, je nachdem, welche Monster was machen. Da ist dann auch ein toller Grund, um verschiedene Teamzusammenstellungen auszuprobieren mit verschiedenen Waffen oder Dekorationen, die einem Skills geben. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze ist und wir werden das natürlich auch zusammen auf twitch.tv slash thebadbeard ausprobieren, gemeinsam ein bisschen auf die Jagd gehen, wenn das Ganze dann rauskommt. Vergesst also nicht, dort mal vorbeizuschauen und auch ein Follow da zu lassen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Als letztes noch ein paar Informationen aus einem neuen Gameplay-Trailer, den sie rausgebracht haben. Da hat man nicht nur Zinuga und Nagakuga gesehen, sondern ein bisschen mehr zur Story, zu dieser Randale. Am Ende des Videos gab es einen Teaser für irgendein großes Schlangenmonster, wo man wirklich nur ganz kurz ein paar Frames gesehen hat. Da bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt irgendwie ein neuer Elder Dragon sein. Außerdem haben sie ganz am Ende auch noch einen Teaser dringend gehabt für Cameleos, einen, ja, oldschool Elder Dragon aus den vorherigen Teilen, der jetzt hier auch wieder nach dem Release zurückkommt. Das ist also ihr erster Teaser auch für Post-Launch-Content. Soll dann später im April erscheinen, also sehr nah am Release und wir können natürlich auch wieder erwarten, dass es Event-Quests und so ein Kram geben wird mit Cameleos und auch noch weitere neue beziehungsweise zurückkehrende Monster dazukommen. Das ist also schon mal ein Gutszeichen. Ich finde aber allgemein, dass das bisherige Monster-Line-Hard wirklich großartig ist. Die neuen Monster gefallen mir sehr gut, sehen wirklich auch mal nach was Frischem aus. Das Design, so japanische Fabelwesen inspiriert, finde ich richtig prima. Und die alten, die zurückkommen, da sind eigentlich fast alle meine Favoriten drin. Wie gesagt, wenn da mehr bekannt ist, mache ich eventuell auch nochmal ein Video über alle Monster, die bisher angekündigt wurden. Und das war kurz und knackig die Zusammenfassung von zwei mehrerenstündigen Events von Capcom. Ich hoffe, es war interessant und informativ für euch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir dabei, dass die Videos von mehr Leuten gesehen werden und zeigt mir auch, dass ihr mehr Monster Hunter sehen wollt. Ich freue mich schon sehr auf Monster Hunter Rise. Ich weiß, da ist im Moment noch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Vorsicht in der Community. Ich weiß nicht, die Leute, die mit World angefangen haben, habe ich das Gefühl, denken vielleicht, das ist so eine Art kleiner Bruder von World. Ich würde das aber anders sehen. Ich würde sagen, das ist eine konsequente Weiterentwicklung, die auf World aufbaut und viele richtig coole Neuerungen reinbringt. Also dazu mache ich eventuell auch nochmal so ein Video, wo ich das nochmal rausstelle, weil ich denke mal, für Monster Hunter Fans wird das ein richtiges Fest. Aber das war es erstmal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Does das nicht gut outlets seamlessly Unserefähig, wie eine Rolle称ung. Bis zum nächsten Mal.